So, herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Ich brauche eine Entspannungszigarette. Ich hoffe, er wirft sie jetzt nicht durch den Raum. Einfach Deckel drauf. Warum sind die Fallen da drin, wenn die hier rumlaufen? Der kann gar nichts. Außer trinken anscheinend. Wir können nichts außer... Ähm. Egal für welchen Raum dieser Schlüssel ist, ich glaube, ich will es nicht wissen. Gut. Oh, Bock. Galala. Starten. So. Ähm. Gut. Dann gehen wir mal in den Raum. Eine ganz schön fette Ratte. Ja. Oh. Okay, wen betet die da an? Ich hasse dieses Spiel und ich liebe es. Es ist super. Hallo, Baby. Ciao, die ist so süß. Was ihr anschaut. Hallo. Ich bin noch nicht immer weg. Ja, du bist jetzt hin. Ich habe ein Problem mit Türen. Ich habe ein Problem mit Türen. Schon wieder so enge Gänge. Oh Gott, ey. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Blöde Kuh. Hey! Hey! Das ist eine randale Ratte. Können wir Leitern benutzen? Ach nee, da gibt es auch nichts. Haben wir irgendwas übersehen? Äh, vielleicht von der anderen Seite. Ah, da ist ein Brief. Okay. Braun, blau, rot. Braun, blau, rot. Also neun. Ach, ach, hier. Äh. Scheiße. Scheiße. Okay. Müssen wir Braun zu Braun führen? Nein. Hier ist eine Katze. Also nehmen wir die Katze. Dann wäre es äh, drei ja, dann äh, nein, drei ich nehme immer den falschen drei, vier und eins drei drei, vier, eins probieren wir es mal. Wobei Ratte ja eigentlich plausibler wäre. äh, drei vier eins. Ah! Oh, genius. Das hätte ich nicht erwartet, dass das direkt stimmt, aber wer kann, ne? Der kann. Okay. Ach, schön. Ohne den Schlicht. Folge ihn. Oh. 19. Juli. Nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgehen von leeren... Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. Oh Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzt und all das Verrottete ausläuft. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt, auf das wir alle Frieden finden. Denn wenn du es nicht machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und seinem Leben in Erde zu setzen. Du vor allen anderen solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Amen. Hey. Anscheinend war das ein Brief von unserer Frau, wie es absolut leid ist, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Ob er den Brief gefunden hat? Könnte das vielleicht ein Selbstporträt sein oder sowas? Hm. Mir juckt schon wieder die... Wir sind schon wieder in einem... Oh Mann. Bö... Bö... Ach schon... Ach so, klar. Das war... Okay... Ein Entspannungsglobus. Mir juckt schon wieder die Nase. Ach, ich find's immer noch schön. So. Genug entspannt. So, was steht denn hier? Ist aber ganz schön vertrocknet. 23. März. Es ist schon eine Weile her. Ich habe sechs Monate gebraucht, um wieder einen Stift halten zu können. Jetzt weiß ich auch, warum die so eine kragliche Schrift hat. Sechs lange, schmerzvolle Monate. Aber letztlich habe ich es geschafft. Es tut zwar noch weh, aber der Schmerz ist gerade noch erträglich genug, um ein paar flüchtige Striche zu Papier zu bringen. Die Dinge, die wir für selbstverständlich halten. Mensch, wie tiefsinnig. Ich glaube, ich sollte mich lieber noch ein bisschen ausruhen, bevor ich die antiken Philosophen in Verlegenheit bringe. Ich weiß nicht, es sah eher wie Kaffee oder sowas aus. Zerstörung. Lever dreht durch. Hallo. Okay, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit der Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in schwarz? Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer, dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest, und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden, nach allem, was geschehen ist. Bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls guttun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Baldwin. Mach ich nicht. Okay. Ich brauche mal einen ganz kleinen Schluck Kaffee. Unsere Frau hat also angefangen, unsere Kunstwerke zu zerstören. Ich bin aber nicht nett. Und das Tribut an unsere Frau war die Frau in schwarz. Nicht nett. Ist das wieder im Maulkorb? Jetzt hassen wir auch schon den Hund. Schön. Ich kann den immer weniger leiden. Achso, das wird immer tiefer. Shit. Das wird uns gleich sowas von anschauen. Weird. Was für ein Psycho sind wir denn, bitte? Okay. Ich würde gerne zu der Truhe laufen. Oder ist das... Achso, das ist... Ah, okay. Gut, der Raum hat sich nur einfach drastisch verkleinert. Hallo? Wir laufen ihr mal hinterher. Ich könnte sowieso nicht, weil da ist irgendwas verkettet. Selbe Tür, die dauern schon. Ja. Ich nicht. Ich will es nur wissen, ich will es nicht sehen. Leinwandkrabbler. Masse pulsierendes Fell. Wie Gift zu malen, Feuer letzter Ausweg. Haben wir selbst ein Feuer gelegt? Haben wir das Haus abgetackt? Ist es das alles wert? Es ist bestimmt unsere Frau, die die ganze Zeit uns hier tyrannisiert. Oh, shit. Okay. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich Punkt, Punkt, Punkt nicht weiterentwickelt. Ich würde sogar sagen, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeuge eines künstlerischen Rückschritts geworden. Du kannst mich mal. Schön. Oh, Gott, ey. Ja. Machst du das gerade, dass ich gerade in den Raum muss? Nein. Mit der Flasche los. Das ist sicherlich unser Selbstporträt. Oh, Gott. Ach, so scheiße. Hey, there, Prinzess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh, God. I'm so... Wait. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Shit. Gut. Unsere Kleine hat also mitbekommen, dass wir trinken. Oh. 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 Don't look back. Wir schauen nicht zurück. Wir schauen nicht zurück. Wir haben gerade übrigens eine Steam-Errungenschaft bekommen mit Selbsterhaltungstrieb. Ich... Hätten wir uns umgedreht, wären wir gestorben? War jetzt so ein Fifty-Fifty-Ding. Ich hätte ja irgendwie gerne nach hinten geschaut. Ich hätte gerne gewusst, was da gewesen wäre. Ich frage das gerade an, dass ich das machte. Aber ich bin ja auch... Im Grad war ich glücklich, dass du einfach weitergegangen bist. Aber jetzt fang ich nicht da ab. Oh! Oh, no! Uh! Uh! Ah! 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 Warum zur Hölle hat man sowas? Gott, mich nervt das gerade so. Ich hätte so gern... Oh, Mann, das ist egal, der Schock. Oh, Mann. Okay, wir schauen uns erstmal kurz noch hier um. Das liegt einfach nur daran, ich will einfach wissen, was hier alles passiert. Ich weigere mich nicht, in diesen Raum reinzugehen. Nein, nein, nein. Ich will nur keine wichtigen Details vergessen. Verpassen. Da kommt der Sparfuchs übrigens wieder in mir raus. Nein, 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 nein. Bleib draußen. Dumpen. Ich kann das Licht auch nicht mehr anmachen. Wir müssen direkt am Fenster vorbei. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Nicht rausschauen, Mann. Bist du bescheuert? Ich bin auf dem Weg nie wieder zurück. Das ist eine Tür. Mann. Wow. Du hast mich fast schon wieder geschlagen. Ich habe mich selber geschlagen. Und es tut verdammt weh. Das ist dann nie die Botana wieder normal. Ja. Immer heftiger, die Zähnen. Weck mich aber an. Und die Zähnen? Da hinten ist ja eine Tür. Ich will nie wissen, wo wir hinfahren. Nach oben. Oh Gott, ich habe Angst, dass es genau vor der Tür steht jetzt. Was? Ich konnte es nicht lesen. Ich konnte es nicht lesen. Oh shit. Fuck. 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 Oh Gott. Mach was. Nein, geh da nicht hoch. Ich kann da nicht hoch. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne, haut rein!